Hast du gewusst, dass die Rangordnung am Familientisch, so wie die Kinder sitzen neben den Eltern, eine Hilfe sein kann, das Chaos in einer Familie zu bereinigen? Und so begrüße ich heute die wunderbare Helga Alkofer. Sie ist Familien- und Systemaufstellerin schon seit über 25 Jahren in dieser Branche und hat sich seit drei Jahren spezialisiert auch auf das Online-Training für Aufstellungsarbeiten, was heute noch gar nicht so viel bekannt ist, weil viele Menschen kennen Aufstellungsarbeit über die große Form, wo ganz viele Menschen aufgestellt werden. Aber eine wunderbare Art und Weise und Möglichkeit ist es, dein eigenes Problem schnell zu lösen mit klarer Formulierung, klarer Auflösung, ist eine 1 zu 1 Aufstellungsarbeit. Und das möchte ich heute vorstellen. Ich bin Nicole und ich möchte dir natürlich gerne immer wieder einen Impuls bringen und bieten, wie du auch deine Themen und deine Probleme ganz schnell lösen kannst. Und so begrüße ich ganz herzlich heute die Helga. Hallo liebe Helga. Hallo liebe Nicole, grüß dich. Wunderbar. Sehr schön. Du machst eine wunderbar wertvolle Arbeit und hast dich jetzt auch spezialisiert auf das Online-Systemaufstellen. Und was macht dir denn so viel Spaß an diesem Systemaufstellen? Das Familien- und Systemaufstellen hat also einen ganz, ganz großen Stellenwert in meinem eigenen Leben. Ja, weil damals, vor vielen Jahren, wie ich das kennengelernt habe, ich selbst an einem Punkt gestanden bin, wo ich auf der Suche nach Unterstützung und Hilfe war, dass ich wieder Boden unter den Füßen herkomme. Und ich habe sehr viel kennengelernt und sehr viel ausprobiert zu der damaligen Zeit. Und das war einfach was, wo man innerhalb kurzer Zeit große Schritte hat machen können, ja. Wo immer sofort Lösungen da waren, spürbar, wo ich immer wieder anders heimgefahren bin, als ich hingefahren bin. Und das hat mich sehr fasziniert. Für das war ich unendlich dankbar. Es war aber noch ein langer Weg, bis ich das jetzt selbst anbiete, ja, seit ein paar Jahren. Und hätte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen können, weil es ja doch eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist. Für mich zumindest sehr genau. Ja. Also ich kann erzählen, dass ich selber mal auch teilgenommen habe an einer großen Aufstellung. Und da ging es mir richtig schlecht danach. Und was mir gefehlt hat hinterher, war diese Betreuung oder die Nachsorge. Ja, weil so diese emotionalen Themen, die dann für sich selber hochkommen. Ich habe sehr viel geweint und fühlte mich sehr alleine. Und das muss ich sagen, da hast du für dich einen wunderschönen Rahmen geschafft für deine Kunden oder Klienten, auch der Nachsorge. Genau. Also ich bin auch Coach, psychologische Beraterin und biete das eben auch im Paket an, sodass niemand allein gelassen wird, dass jeder sich gut aufgehoben fühlen kann und keine Sorge haben muss, was kommt vielleicht danach. Also das, was halt das Schlimmste, sage ich mal, was da passieren kann, das ist, dass ein Trauma in der hochkommt, das dir bis dahin noch gar nicht bewusst war. Und dass das eventuell dann nochmal ein bisschen eine Nacharbeitung und Bearbeitung eben dann braucht. Aber auch für das stehe ich da sehr gerne zur Verfügung. Ja, super. Ja. Also so ein ganzes Paket für Vorbereitung, Nachsorge, ja, dass sich jeder wirklich wohlfühlen kann bei dir. Das ist natürlich wichtig. Was mich fasziniert hat bei dir, liebe Helga, als du mir mal erzählt hast, dass diese Familienkonstruktion allein am Esstisch schon einen riesengroßen Ausgleich schaffen würde, wenn die Rangordnung richtig ist, also die Sitzposition jedes Einzelnen richtig positioniert ist, dass das schon richtig viel Stress in der Familie wegnimmt. Das ist doch so, oder? Ja, falls genau, da hast du recht. Ich glaube, das kennt ja jeder. Wenn man mal zum Essen geht und sieht man mal so Familien am Tisch sitzen, wie die Stimmung ist, das spürt man ja schon von der Weite, sage ich jetzt einmal, ja. Und jeder kennt es mit Sicherheit natürlich auch aus der eigenen Familie, ob Herkunft oder Gegenfahrtsfamilien, wie auch immer. In der Regel hat immer jeder so seinen festen Platz am Tisch. Das ist selten. Ich erlebe es auch, aber es ist selten, dass man sagt, nein, die Plätze sind nicht fest vergeben. Das ist immer, wer zuerst kommt und wo sich jeder so hinsetzen mag. Aber es hat eine ganz, ganz große Bedeutung, weil ein wesentlicher Faktor bei Familienaufstellen, das ist nämlich diese Rangordnung, die Reihenfolge. Auch da gibt es ja bestimmte geschriebene Gesetze. Also es heißt ja wirklich so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das Oberhaupt in der Familie ist ja immer der Vater, ja. Und dann kommt die Mutter. Und dass auch hier diese Reihenfolge nach der Rangordnung eingehalten wird, ist extrem wichtig und bringt eine ganz andere Energie und Dynamik in die Familie und auf den Esstisch. Also das ist ganz leicht nachzustellen, auszuprobieren und das würde ich da jedem Zuhörer oder Zuschauer mal ans Herz legen. Ihr werdet staunen, wie einfach so viel möglich ist. Wie gesagt, das Oberhaupt ist in der Regel der Vater. Auf seiner linken Seite sitzt dann die Mutter. Und dann ist erst, es geht so reihum im Uhrzeigersinn, ja. Stellen wir uns mal oben bei der zwölten Vater vor, ja. Dann ist bei der Eins die Mutter, bei der Zwei wäre dann das erstgeborene Kind, bei der Drei das zweitgeborene Kind. Und so geht das reihum. Und wenn jeder an seinem Platz ist, auf seinem, wo er hingehört, gemäß dem Platz, dann ist auch viele dir in Ordnung. Ja. Das ist interessant. Und wenn da aber eine Unordnung ist, ja. Wenn zum Beispiel das jüngste Ganze noch bei der Mutter sitzt. Im ersten Lebensjahr muss es ja noch sein, wenn es gefüttert wird von der Mutter, wie auch immer. Es gibt immer so kleine Ausnahmen, selbstverständlich. Aber dann gibt es Chaos. Dann gibt es Chaos und das ist spürbar. Ich habe das auch gerne schon mal in der Gruppe bei mir ausprobieren lassen, ohne dass ich die Personen, die Teilnehmer vorher informiert habe. Die haben sich hinsetzen können, einfach mal eine fünfköpfige Familie, also nachgestattet. Welche, wie die Emotionen wechseln, wie unterschiedlich diese Familienteilnehmer sich fühlen, was das wirklich für einen Einfluss hat, auf welchem Platz ich sitze. Mal gesehen, mal wertlos, mal ganz untergegangen. Einmal habe ich es erlebt, das war das erstgeborene Kind, die hat es überhaupt nicht ertragen, ist gleich geflüchtet und hat sich in die Ecke gestellt. Und es ist den Eltern bis zum Schluss der Ausstellung nicht einmal aufgefallen, dass es einem Kind abgeht. Also da war so viel Chaos da. Und ich habe denen nur mal als Aufgabe gegeben, jetzt diskutiert mal, wo soll es denn heuer in den Urlaub hingehen. Das war mein sich das Thema. Und dann ist es losgegangen. Und dann haben wir dabei immer wieder die Plätze wechseln. Und es war, also es ist sehr spannend und interessant, was alles möglich ist, wenn man sich mal so einen kleinen Regeln hält. Was kann denn das dann auch für später für eine Auswirkung haben, wenn der Sohn oder der Erstgeborene oder das erstgeborene Kind nicht an dieser Stelle quasi links von der Mutter sitzt? Hast du da schon Erfahrung gemacht, was das ausmachen kann? Oder wie man das im Nachhinein auch verbessern kann, wieder aufholen kann? Also es hat sehr, sehr große Auswirkungen, ja. Das zieht sich dann durchs ganze Leben und in alle Lebensbereiche. Es beginnt wirklich, die Wurzeln sind wirklich immer so ganz am Anfang, zu Lebensbeginn und auch in der Grund-, in der Ursprungsfamilie, wie ich das lerne, welches Muster ich weitertrage durch mein Leben. Und egal, ob das später mal in Familien, also in meiner eigenen Familie, in der Partnerschaft oder auch am Arbeitsplatz, zwischen Kollegen in Bezug auf den Chef und und und. Wie fühle ich mich da? Kann ich mich da mal anpassen, unterordnen? Finde ich meinen Platz? Werde ich gesehen oder nicht wahrgenommen? Werde ich da anerkannt? Oder fühle ich mich da angekommen, überfordert, unterfordert? Also das zieht sich durch das ganze Leben. Wie finde ich meinen Platz? Kann sich das dann auch so ein bisschen in diesem Selbstwert nachher äußern, dass ich mich nicht so sicher fühle und mich nicht so unterstützt vielleicht auch von den Eltern? Kann das damit zusammenhängen? Also auch das hängt mit Sicherheit damit zusammen. Es ist ein riesen Konfliktpotenzial zwischen den Geschwistern, diese Rivalität selbstverständlich. Ganz oft erlebt man es ja so, dass das jüngste Kind viel höher gehoben wird, dadurch wie das älteste, ja weiß und nah bei den Eltern ist eben dann und nicht zur rechten Zeit weggerückt wird. Und am Anfang erlebe ich das so, dass das jüngste Kind extrem viel Energie und Power hat, weil es hat ja so diese Energie von den Eltern und so. Aber es ist nicht wirklich an seinem Platz und früh und später verkauft das Ganze. Ja, weil von Natur aus hat es nicht diesen Elan mitbekommen, ja. Also es ist permanent überfordert. Das wird sich auch sehr anstrengend fordern und unter Leistungsdruck fühlen, weil es große Anstrengung erfordert, diesen Platz zu halten, ja. Ja, wow. Und das kann schon mal leicht auch in einem Burnout dann enden. Also das habe ich sehr, sehr oft auch so bei mir im Alter, wenn man mal zurückgeht, was mit ein Grund sein kann für das Ganze, ja. Und die Älteren, entschuldige, die Älteren, die ja eigentlich, denen wird ihr Platz genommen, die werden so abdegradiert, die fühlen sich immer wertlos, verstoßen, unwichtig, ausgeschlossen. Und das wirkt und wirkt, ja. Unglaublich. Ich bin ganz fasziniert. Was würdest du denn empfehlen, ab wann ein Kind, weil du sagtest ja, dass ein Kind, ja klar, wenn es klein ist, ist es an der Seite der Mutter, aber ab wann würdest du empfehlen, dass das Kind dann die Position bekommt, die Sitzposition am Esstisch, wo es sein sollte, nach der Aufstellungsarbeit gesehen? Also so am Esstisch zum Beispiel, wenn es dann wirklich in der Lage ist und immer so viel Unterstützung von der Mutter braucht. Und ich erlebe es auch oft, wenn die Kinder dann am Tisch sitzen, diese Kämpfe ja um die Plätze, dass meistens die Jüngsten den Älteren den Platz zweitig machen. Und da sollte eine Mutter oder auch der Vater schon bewusst drauf schauen und immer wieder sagen, da ist dein Platz, da sitzt das ältere Kind und so weiter. Also es bringt unglaublich viel Ordnung und Frieden und Harmonie in die Familie. Und wie gesagt, das ist sehr leicht auszuprobieren. Das würde ich jedem mal ans Herz legen. Ja, also ich finde das super interessant, weil ich höre ja natürlich auch durch die Ausbildung, was ich da gebe und die Klienten, dass wirklich auch viele Familienkonflikte da sind und wo auch die Kinder da nicht so funktionieren, wie sie eigentlich gerne gewünscht hätten. Und ich glaube, das ist ein super spannendes Tool, was jeder mal ausprobieren sollte und mal auch bei sich zu Hause schaut, wo sitzt denn mein Kind, wo sitzt mein Sohn, die Tochter, in welcher Position sitzt es? Natürlich oft ist es so, wir haben, die meisten Familien heute haben ein Kind, haben zwei Kinder, aber trotzdem darauf zu achten, dass das Kind eben nicht an der Seite des Vaters, sondern meistens sind die Tische viereckig, rechteckig, rund, dass wirklich ein bisschen geguckt wird, dass es dann auf der Seite hingerichtet zur Mutter sitzen sollte. Ist das richtig dann? Ja, das ist richtig. Das ist ein kleiner Auszug von einem komplexen Thema, was alles in den Familienaufstellungen natürlich möglich ist und so weiter. Und was da vielleicht noch ein wertvoller Hinweis ist zu diesem Thema jetzt, dass man auch rechtzeitig dann wieder schaut, dass diese kleinen Kinder wieder zwischen den Echern rauskommen. Ja, in der Regel ist so, die Mama, die stürzt sich ja so auf ihr Baby und das ist im ersten Jahr ja auch extremst wichtig, wertvoll und gut, so soll es auch sein. Aber irgendwann, wenn das Kind mal spätestens so drei Jahre ist, soll es auch ganz bewusst wieder auch innerlich von der Haltung hier mal ein Stück weggerückt werden und wirklich, das ist jetzt das Kind. Und dann kommt der Partner wieder her, ja, dann kommt der Partner wieder her, weil damit der Friede in der Familie gelingt, damit diese Paarbeziehung, dieses Ehepaar funktioniert. Also diese Paarbeziehung geht immer so vor der Elternschaft, ja, das muss funktionieren und dann kann auch ein Friede und eine Harmonie in der Familie da sein. Man tut auch da den Kindern nichts Gutes, wenn man jetzt die Kinder zu Vertrauten macht oder zum Partner oder zur besten Freundin sich ausschimpft oder jammert um ihn und auch das sind Belastungen, die ziehen sich durchs ganze Leben. Ja, das habe ich selber auch erfahren, ja, das kenne ich auch aus meinen Familien zu Hause und das war für mich auch nicht schön, kann ich gut erklären, aber später, also jetzt ist es so, dass ich ein wunderschönes Verhältnis mit meiner Mutter habe, also wirklich freundschaftlich, aber das darf entstehen, wenn man älter ist, aber nicht als Kind, nicht in der Kinderzeit. Ganz genau, ja, ganz genau. Und wie gesagt, am Anfang ist es normal, dass der Ehemann so ein bisschen wegrückt und aufs Abschaltkleis kommt, aber irgendwann muss man bewusst eine andere Haltung einnehmen und dann ist an erster Stelle einfach wieder der Partner. Das ist auch zum besten Wohle von den Kindern. Ja, und was ich auch interessant fand, du hast mir mal erzählt, dass es auch wichtig ist, an welcher Seite der Mann geht, ne, weil ich glaube, heutzutage ist es, ich habe das selber bei mir ein bisschen geguckt und drauf geachtet, also es ist auch ganz wichtig, wo geht der Mann mit der Frau Hand in Hand oder an welcher Seite steht der Frau, also an welcher Seite steht denn der Mann, wie bei Helga? Also grundsätzlich, in der Regel, so hat sich natürlich auch gesellschaftlich viel geändert, rechts. Und zwar rechts deswegen, der rechts ist, der hat die Verantwortung für die Beziehung, für die Familie, das ist dieses Oberhaupt. Selbstverständlich hängt es auch damit zusammen, wer auch der Ernährer von der Familie ist. Manchmal sind die Rollen ja auch getauscht, das ist nicht mehr das klassische Prinzip, so wie früher, dass vielleicht sogar die Frau jetzt die Haupteinnahmequelle ist für die Familie und so weiter. Dann ist es wirklich so, dann sollte auch die Frau diesen Platz bekommen. Emotional macht das sehr, sehr viel aus, ja. Man spürt das und auch das ist etwas, was man sehr gut ausprobieren kann, der diese Verantwortung für die Familie übernimmt und trägt, der hat auch dieses Gefühl, dass er als Oberhaupt, Andernkant und Wert geschätzt wird und das ist ganz, ganz wichtig. Oft ist es aber auch so, und das wäre wieder was, wo jeder mal hinfühlen, hinspüren kann, wie ist das eigentlich in meiner Familie. Manche wollen aber auch gar nicht rechts von der Frau sein. Und ich sage immer wieder, probiert es aus, wenn ihr spazieren geht, ohne dass ihr darüber sprecht, selbstverständlich fühlt euch nur mal hin. Dieses Familienstellen, das ist ja immer ein Fühlen, ein Spüren, ein Wahrnehmen, ja, der Kopf wieder ausgeschaltet. Und wie oft das mir auch so geschildert wird, dass der Mann immer wieder auf die andere Seite wechselt, das heißt, der will eigentlich auch gar nicht Verantwortung übernehmen. Oder die Frauen spüren zur eigenen Überraschung, sie fühlen sich gar nicht wohl, wenn sie den Mann rechts haben, der ist ihnen ja viel zu mächtig, viel zu groß. Sie fühlen sich ja wesentlich wohler, wenn sie auf der rechten Seite sind, dann wird der gleich ein bisschen kleiner. Also man spürt es wirklich sofort. Ja, es ist wirklich interessant. Ich kann das wirklich empfehlen. Ich habe das auch selbst ausprobiert und habe mir dann auch meine Position da wieder gesucht, weil ich mich wohler gefühlt habe. Aber ich glaube, das kommt auch viel mal darauf an, wie ist die Partnerschaft mit dem Mann, wie ist das Verstehen miteinander? Konkurriert man in einer Partnerschaft? Unterstützt man sich in einer Partnerschaft? Oder wirst du gefördert in einer Partnerschaft? Ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus, dass ich dann auch weiß, in welcher Position stehe ich. Ja, wunderbar. Hast du noch was mitgebracht? Oder was würdest du denn empfehlen, wenn sich jemand jetzt mal so rückblickend, sage ich jetzt mal ein 30-jähriger Mann, 30-jährige Frau würde rückblickend in das Familiengeschehen schauen und ach, ich sah es ja falsch. Kannst du da eine Empfehlung noch geben? Was kann er heute für sich tun? Kannst du irgendwas sagen, das auch vergeben oder einfach sagen, okay, mir geht es gut, ich brauche da nichts zu ändern? Oder vielleicht ein Gespräch mit den Eltern nochmal? Oder wie hat er sich gefühlt? Was kannst du vielleicht empfehlen? Also ich denke, ich bin mir ganz offen fürs Ausprobieren. Und viele sagen ja, es passt ja, es geht uns gut und so weiter. Das ist natürlich auch sehr, sehr viel Gewohnheit. Weil man gar nichts anderes kennt, weil man vielleicht gar nicht weiß, es wäre noch so viel Luft nach oben, es wäre auch so viel anderes möglich. Und das sind so Kleinigkeiten, wie wir jetzt so besprechen, sehr wertvoll, mal ein anderes Gefühl kennenzulernen. Und wenn ich dann vielleicht merke, boah, da entdecke ich jetzt was bei mir. Eigentlich würde ich schon gerne so meinem Mann stehen, aber mich macht es nervös, es tut mir nicht gut auf dieser Seite. Das ist so eine klassische Situation eben auch, wo ich merke, mir fehlt eigentlich was. Diese Energie, diese Kraft, diese innere Stärke fehlt mir, damit ich da auch wirklich gut stehen kann und mich wohl fühle. Und das kann ich mir erarbeiten, das kann ich selbstverständlich aufstellen. Das, was da fehlt, damit man komplett wird, kann man wunderbar aufstellen. Und hinterher wird man merken, jetzt geht es mir ganz anders wie vorher. Wenn ich auf meinem gemäßen Platz stehe und den gut ausweite, wie gesagt, mich da wohl und sicher fühle, bin ich so richtig in meiner Kraft, in meinem Saft, in meiner Aufgabe und dann fühle ich mich gleich nochmal ganz, ganz anders. Also es ist viel mehr möglich, als so mancher denkt. Kannst du ganz kurz mal erklären, weil ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch diese Aufstellungsarbeit gar nicht kennen. Kannst du vielleicht in zwei, drei Sätzen erklären, warum funktioniert das so gut? Wie wird das gemacht? Und ich weiß auch, dass du es liebst, nicht mit Programmen zu arbeiten, sondern wirklich auf die wunderschöne alte Art und Weise mit den Figürchen. Und vielleicht, Max, erzähl doch mal ganz kurz, warum funktioniert das so gut? Genau, also ich habe mein Holzbrett und diese Holzfiguren, wie du ja schon gesagt hast, und so wird also aufgestellt, ich nehme diese Kegel in die Hand und frage dann, also ein Kegel für dich selbst, wähle mal aus und so weiter, wo soll der stehen und so gehen wir dann weiter. Und also ich habe wirklich die Erfahrung jetzt ja gemacht, diese Energie ist nicht an Zeit und Raum gebunden. Diese Energie fließt und es wirkt. Und die Menschen, die kommen unglaublich schnell und leicht in diesen Prozess rein, auch online, genauso wie in Präsenz auch online. Und die spüren es ganz deutlich, spätestens wenn der zweite Kegel dazu kommt, tut mir das gut oder nicht. Manche sagen, boah, das halte ich überhaupt nicht aus, der muss gleich wieder weiter weg auf Abstand. Oder ein bisschen näher, ein bisschen weiter weg. Also diese Energie, die fließt und ich bekomme es immer wieder bestätigt hinterher, wie intensiv diese Prozesse sind und wie gut diese Endbilder, diese Lösungsbilder sind, wie heilsam das Ganze jetzt ist. Und in der Regel mache ich das immer so, dass ich dieses Endbild dann fotografiere und ich schicke das dann immer meinen Klienten, weil ich finde das dann schon wertvoll. Und das bekomme ich auch immer bestätigt. Ich kann mich immer wieder zur Hand nehmen und kann mich nochmal einfüllen und nochmal bestärken mit diesem Weg. Das tut mir einfach gut und das mache ich gern so, ja. Tolle Idee, ja. Wunderbar. Also ich habe ja in der Ausbildung zum Coach für Selbstheilung auch in der Kleinform die als Konfliktlösung, weil im Großen steht ja immer so ein Konflikt, den ich in mir trage, habe ich das auch drin. Aber natürlich spezieller auf die Art, wie du das machst, das finde ich großartig. Und das sollte auch immer mehr bekannt werden, dass wir heute wirklich so leicht und einfach Themen lösen können, die wir immer noch wie so einen richtigen großen Rucksack mit uns rumtragen und ja, dass die eigenen Potenziale und Fähigkeiten wirklich freigelegt werden, weil sie sind gedeckelt von Problemen, von Blockaden, von Erinnerungen, die wir mittragen, die wir nicht loslassen können und all das, jetzt wird es endlich Zeit, das loszulassen. Und es geht so einfach. Genau, also dieser Ahnenrucksack, den wir so durch unser Leben schleppen, ganz unbewusst, ja. Also so selbstbestimmt sind wir aber weit nicht, wie wir das gerne hätten und auch glauben von uns selbst. Aber es ist wunderbar, dass es diese Möglichkeit gibt, sich davon einfach zu befreien und wirklich viel freier und eigener sein Leben leben. Und ich merke auch, dass online, es wird auch jetzt wunderbar und immer noch mehr angenommen, weil sehr viel dieses Eins-zu-Eins, diesen intimen, geschützten Raum einfach sehr, sehr schätzen. Ja, auch bei der Anmeldung merke ich schon, ja, ist es dann eine kleine Gruppe oder so? Nein, es ist eben Eins-zu-Eins und sehr, ich nehme auch sehr viel Zeit fürs Vorgespräch, für die Aufstellung, für ein Klarheitscoaching eine Woche später nochmal. Also sie sind da bestens versorgt und umsorgt und das wissen die auch zu schätzen. Also das passt sehr gut an. Super. Ja, weil ich finde das so wichtig, weil ich kenne das auch nur in dieser großen Version, damit viele Menschen als Aufsteller oder als Ersatzfigur, sage ich jetzt mal, und das dauert dann auch so lange, weil bis man mal drankommt, bis das mal durch, bis so ein Durchgang durch ist und da ist es wirklich absolut effektiv und sinnvoll, mal so eine Eins-zu-Eins-Session mit der lieben Helga zu buchen oder mal auszuprobieren oder mit ihr einfach mal zu telefonieren, was möglich ist und dann wieder ein Stück weiter zu kommen. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, weil dein schöner Satz ist ja, dein innerer Frieden verändert die Welt. Ja. Ein schöner Satz. Weil mir dieser Satz sehr gut gefällt und ich finde ihn auch sehr, sehr treffend, wenn du mit dir selbst zu ihm reinen bist und so deinen inneren Frieden gefunden hast, das zieht sich durch, durch dein ganzes Leben, das bestimmt deine Lebensqualität, durch alle Lebensbereiche. Und wenn du innerlich so haderst und nicht mit dem reinen bist, immer noch so viele Konflikte hast oder einen Elternteil ablehnst oder, 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 dann geht dir unglaublich viel Energie für dein Leben und für dein Tun ab. Und es ist sehr, sehr schade bei unserer kostbaren Lebenszeit. Darum kann ich das jedem nur ans Herz legen. Lasst euch unterstützen und alles herholen, was möglich ist. Ja, ein wunderbares Wort. Damit wir endlich aufhören, auch so eine Wut auf andere Menschen, weil wir natürlich etwas erwartet haben, als wir auf die Welt kamen. Und wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird, unbewusst nicht erfüllt wird, weil die Eltern es gar nicht wissen. Deswegen wirklich an alle Eltern, achtet darauf, wie sitzen deine Kinder. Und wenn du das Gefühl hast, auch dein erwachsenes Kind hätte noch eine Unterstützung nötig, dann hol es her und bei jedem Essen platziere es richtig, damit dieses Kind, dein Kind, diese Energie jetzt im Heute noch aufladen kann. Allein dadurch kannst du sicherlich noch vieles, vieles, vieles wiedergutmachen. Oder auch mal fragen, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, was hat dir eigentlich gefehlt? Und mal das wahre und ehrliche, offene Gespräch suchen. Darin ist oft so viel Heilung. Und allein das kannst du, kannst du, kann jeder von euch machen. Jeder. Und ansonsten, diese Möglichkeit wählen, mit einer 1 zu 1 Aufstellungsarbeit und mal das Thema, das Größte, was dich belastet, mal aufstellen, mal reinfühlen, auch wieder in das Gefühl kommen, die eigene Wahrnehmung zu stärken und mal auch wieder diese eigene Wahrnehmung für sich zu akzeptieren und zu fühlen und dann auflösen, in einer wunderschönen Klarheit und bestärkt nach Hause gehen. Ja, ihr Lieben, wunderbar. Also ein kleiner Hinweis nochmal. Dieses Thema bezüglich der Familienrangordnung ist natürlich nur ein kleines Aspektchen einer riesengroßen Möglichkeit, was du durch eine Aufstellungsarbeit auflösen kannst. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir ein Like hinterlässt und vielleicht auch einen wunderschönen Kommentar, ob es dir geholfen hat, diese Information, die wir heute von der Helga bekommen haben. und sprich auch gerne darüber oder gib das Video auch gerne weiter an Familien, die du kennst oder eine gute Freundin, die zu Hause ein bisschen Stress haben und vielleicht ist genau dieser Impuls dann die große Hilfe, dass die Familie eine Ordnung, Struktur und eine Ruhe reinbekommt und das Kind die Unterstützung bekommt, die es fürs Leben braucht. In dem Sinne, bis zum nächsten Impuls von mir. Alles Liebe und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.